Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Leicht ist ja Martin Freisel der Abschied von Schalke wohl nicht gefallen. Es waren letzte emotional Momente von unserem Keeper auf Schalke. Das hat auch Mike Büskens in dem Instagram Livestream verraten. Das war sehr emotional. Martin hat Schalke in der kurzen Zeit gelebt. Und das zeigen auch einige andere Aussagen, die belegen, warum auch Freisel wichtig fürs Team war. Nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch neben dem Platz. Denn schon Schröder sagte ja vor den Verkündungen, als Aufstiegshelden bleiben sie für immer ein Teil der Schalker Historie. Und das sieht ja auch Martin Freisel selber so, der sich auch schon von uns Fans verabschiedet hat. Da auch nochmal wirklich emotional wurde und sich sehr darüber gefreut hat, Teil dieses Klubs sein zu dürfen. Am Ende sagt er ja, ich gehe als Spieler, aber bleibe als Fan. Und auch von uns Fans gab es ja wirklich zahlreiche positive Schlagzeilen auf Freisels Abschiedsworte. Genau aber auch wie von einigen Spielern. Neben Thomas Ovian und auch Simon Terode antwortete zum Beispiel Memo Can Aydin, es war mir eine Ehre, nur das Beste für die Zukunft. Und im Gespräch mit der Watz findet auch unser Kapitän, den Latzer, lobende Worte für den entscheidenden Torwart. Martin ist ein unglaublich ehrgeiziger Typ, der immer zu 100% motiviert ist und in der Saison ein guter Rückhalt war. Und es sind auch wirklich Reaktionen, die nochmal unterstreichen, dass es sowohl in der Mannschaft als auch bei uns Fans wirklich geschätzt war. Natürlich nicht bei allen, das geht ja auch gar nicht, aber bei vielen. Vor allem aufgrund seiner ehrlichen, offenen, wie aber auch kommunikativen Art. Denn auch in Krisenzeiten, wenn es mal nicht so gut lief, war der charakterstarke Freisel jemand, der sich gestellt hat und auch öffentlich geäußert hat, stets reflektiert und selbstkritisch, aber auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Und somit gehört er auch in der Mannschaft zu den Wortführern. Menschlich kann man uns mit Martin Freisel nahezu gar nichts vorwerfen, meiner Meinung nach ist ein Typ, der für mich perfekt zu unserem Klub passt. Aber rein sportlich hat es einfach nicht gereicht, um die Bosse endgültig zu überzeugen. Es war einfach zu sehr, dass man das Gefühl hatte, er ist eigentlich ein guter Keeper, hat auch trotzdem Patzer drin. Deswegen ist das Gefühl, er sich alle richtig so nochmal nachlegen zu wollen. Unabhängig davon hat Martin Freisel einen unglaublichen Anteil am Schalker Aufstieg und er war sich auch für die Mannschaft intern ein sehr wichtiger Faktor. Eure Meinung zu unserem Aufstiegstorwart mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.